Lektion 1 – Authentisch sein Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie ich mit neuen Situationen umgehen kann. Manchmal kann es nervenaufreibend sein. Irgendwelche Ratschläge zum Umgang mit Ihnen? Hallo John, es ist natürlich ein bisschen ängstlich zu sein, aber der Schlüssel ist, du selbst zu sein und dir selbst treu zu bleiben. Authentizität wird in jeder Situation immer geschätzt. Ich stimme zu. Echt und authentisch zu sein, ermöglicht es anderen, dein wahres Ich zu sehen. Es schafft ein Gefühl von Vertrauen und macht Interaktionen bedeutungsvoller. Unbedingt! Wenn du dir selbst treu bist, ziehst du Menschen an, die deine Authentizität teilen. Es hilft, echte Verbindungen und Beziehungen aufzubauen. Das ist beruhigend zu hören. Manchmal mache ich mir Sorgen darüber, was andere denken könnten. Aber ich denke, es ist wichtig, sich darauf zu konzentrieren, mir selbst treu zu bleiben. Auf jeden Fall. Denk dran, du kannst es nicht allen recht machen, und das ist okay. Umarme deine Einzigartigkeit und lass dein wahres Ich erst rahlen. Die richtigen Leute werden dich so schätzen, wie du bist. Danke für die Ermutigung. Es ist beruhigend zu wissen, dass es der richtige Weg ist, mir selbst treu zu bleiben. Ich werde versuchen, alle Sorgen loszulassen und mein authentisches Ich zu zeigen. Das ist der Geist. Seien Sie einfach zuversichtlich, wer Sie sind, und vertrauen Sie darauf, dass Ihre Authentizität die richtigen Gelegenheiten und Menschen in Ihr Leben lockt. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist befreiend zu denken, dass ich mich nicht verstellen oder eine Fassade anbringen muss. Authentisch zu sein ist der beste Weg, um in jeder Situation zurechtzukommen. Unbedingt! Authentizität gibt Ihnen die Freiheit, Ihre Gedanken, Werte und Emotionen authentisch auszudrücken. Es ermöglicht bedeutungsvollere und erfüllendere Interaktionen. Ich hoffe, andere schätzen meine Authentizität. Es ist ein bisschen beängstigend, unachtsam zu sein, aber ich glaube, auf lange Sicht lohnt es sich. Ich verstehe deine Sorge. Aber denk dran, wenn du authentisch bist, gibst du anderen die Erlaubnis, auch sie selbst zu sein. Es schafft eine sichere und akzeptierende Umgebung. Du hast recht. Indem ich meine Authentizität schätze, kann ich andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Es geht darum, einen positiven Welleneffekt in der Art und Weise zu erzeugen, wie wir miteinander umgehen. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster. Ich werde mit Authentizität an neue Situationen herangehen und die Chancen für Wachstum und Verbundenheit nutzen, die Sie mit sich bringen. Das ist wunderbar zu hören. Machen Sie sich Ihre Authentizität zu eigen und Sie werden jede Situation mit Anmut und Zuversicht meistern. Bleib dir selbst treu und alles andere wird sich von selbst ergeben. Ich danke dir. Ihr Rat hat mich wirklich inspiriert. Ich freue mich darauf, meine Authentizität anzunehmen und zu sehen, wohin sie mich führt. Lektion 2. Fairer Anteil Hallo Anna. Ich habe über unser Projekt nachgedacht. Ich schlage vor, dass wir alle Ausgaben und Gewinne gleichmäßig aufteilen. Was denkst du? Hallo John. Das klingt für mich fair. Es ist wichtig, Kosten und Nutzen gleichmäßig zu verteilen. Ich stimme Ihrem Vorschlag zu. Großartig. Es stellt sicher, dass wir beide zu gleichen Teilen am Projekterfolg beteiligt sind. Es ist wichtig, einen Sinn für Ausgewogenheit und Fairness zu haben. Absolut. Wenn alle den gleichen Beitrag leisten, fördert dies ein harmonisches und kooperatives Umfeld. Es legt den Grundstein für eine erfolgreiche Partnerschaft. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es beseitigt potenzielle Konflikte oder Gefühle der Ungleichheit. Wir können uns darauf konzentrieren, gemeinsam auf unsere gemeinsamen Ziele hinzuarbeiten. Das ist wahr. Wenn jeder das Gefühl hat, dass seine Bemühungen fair bewertet und belohnt werden, motiviert ihn das, sein Bestes zu geben. Es fördert eine positive und produktive Atmosphäre. Genau. Es schafft ein Gefühl von Vertrauen und Einheit innerhalb des Teams. Wir können effektiver zusammenarbeiten und gemeinsam bessere Ergebnisse erzielen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist von entscheidender Bedeutung, klare Erwartungen und transparente Verfahren für die Kostenteilung und Gewinnverteilung festzulegen. Dadurch werden Missverständnisse oder Meinungsverschiedenheiten vermieden. Absolut. Offene Kommunikation und Transparenz sind der Schlüssel zur Aufrechterhaltung einer gesunden Partnerschaft. Es stellt sicher, dass alle auf derselben Seite sind und die finanziellen Aspekte verstehen. Ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Es zeigt, dass wir die Beiträge der anderen schätzen und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit aufbauen wollen. Auf jeden Fall. Indem wir die Ausgaben und Gewinne zu gleichen Teilen teilen, zeigen wir unser Engagement für Fairness und Respekt. Es ist auch ein positives Beispiel für zukünftige Partnerschaften. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht nicht nur um das aktuelle Projekt, sondern auch darum, bei all unseren Bemühungen eine Kultur der Fairness und Gleichheit zu fördern. Gut gesagt. Lassen Sie uns mit diesem gerechten Ansatz fortfahren. Ich glaube, er wird zum Erfolg und zur Langlebigkeit unserer Partnerschaft beitragen. Absolut. Ich bin zuversichtlich, dass unser gemeinsames Engagement für Fairness uns zu großen Erfolgen führen wird. Lassen Sie uns alles geben. Einverstanden. Machen wir aus diesem Projekt ein leuchtendes Beispiel für Zusammenarbeit und Chancengleichheit. Zusammen können wir bemerkenswerte Dinge erreichen. Hallo Anna. Hast du jemals darüber nachgedacht, in Seekontantläden einzukaufen? Sie haben oft versteckte Juwelen. Hallo. Ja, ich habe großartige Dinge über Seekontantläden gehört. Sie können eine Fundgrube einzigartiger Funde sein. Unbedingt. Man weiß nie, was man dort entdecken könnte. Ich empfehle, sie nach Unikaten zu durchsuchen. Das klingt faszinierend. Gibt es bestimmte Gebrauchtwarenläden, die Sie in unserer Gegend empfehlen würden? Nun, in der Innenstadt gibt es ein beliebtes Spiel namens Seekont Schausse trifft. Es ist bekannt für seine große Auswahl und seine günstigen Preise. Oh, ich war noch nie dort. Ich werde mir Seekont Chance trifft, auf jeden Fall vormerken und ihm einen Besuch abstatten. Das ist eine gute Idee. In Seekontantläden gibt es oft Vintagekleidung, Accessoires und sogar Möbel, die Sie anderswo nicht finden. Ich liebe die Idee, Unikate zu finden. Es verleiht der Garderobe oder dem Zuhause Charakter. Ich freue mich darauf, den Laden zu erkunden. Ich freue mich, dass du dich darüber freust. Denken Sie daran, sich Zeit zu nehmen und die verschiedenen Abschnitte durchzusehen. Sie wissen nie, was Ihnen ins Auge fällt. Auf jeden Fall werde ich darauf achten, genügend Zeit einzuplanen, um den Laden gründlich zu erkunden und nach den verborgenen Schätzen zu suchen. Das ist der Geist. Und lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie bei Ihrem ersten Besuch nichts finden. Das Inventar der Gebrauchtwarenläden ändert sich ständig. Guter Punkt. Das behalte ich im Hinterkopf. Das wird wie eine Schatzsuche sein, mit Überraschungen auf dem Weg. Genau. Es geht um den Nervenkitzel der Jagd und die Möglichkeit, auf etwas ganz Besonderes zu stoßen. Du bist willkommen. Ich hoffe, Sie finden einige erstaunliche Schätze, die Ihren einzigartigen Stil widerspiegeln. Viel Spaß beim Secondhand-Shopping. Lektion 4. Wochenendtrip Hallo Anna. Bist du dieses Wochenende beschäftigt? Ich dachte an einen Kurztrip. Hallo. Das klingt aufregend. Ich habe noch keine Pläne. Wo wolltest du hingehen? Ich dachte über eine nahegelegene Strandstadt namens Sunwille nach. Es ist bekannt für seine wunderschöne Küste und seine bezaubernde Atmosphäre. Sunwille klingt reizend. Ich habe tolle Dinge darüber gehört. Zählen Sie auf mich für den Wochenendtrip. Fantastisch. Es wäre toll, Gesellschaft zu haben. Wir können den Strand erkunden, lokale Küche probieren und am Meer entspannen. Ich freue mich darauf. Es wird eine erfrischende Pause von unserem Alltag sein. Ich kann es kaum erwarten, den Sand zwischen meinen Zehen zu spüren. Unbedingt. Es ist immer verjungend, Zeit am Meer zu verbringen. Wir können die Sonne genießen und das beruhigende Geräusch der Wellen genießen. Klingt nach dem perfekten Kurzurlaub. Sollen wir ein Hotel im Wohraus buchen oder nach einer Unterkunft suchen, sobald wir ankommen? Es könnte eine gute Idee sein, im Wohraus zu buchen, um sich eine komfortable Unterkunft zu sichern. Ich kann mich um die Reservierungen kümmern, wenn Sie möchten. Das wäre hilfreich. Danke, dass du dich um die Unterkünfte gekümmert hast. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe benötigen. Werde ich tun. Ich werde dafür sorgen, ein gemütliches Hotel zu finden, das nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt ist. Wir können das Beste aus unserer Zeit dort machen. Das klingt ideal. Ich schätze Ihre Bemühungen bei der Planung dieser Reise. Es wird ein unvergesslicher Wochenendausflug. Ich freue mich, dass du dich darüber freust. Es macht immer mehr Spaß, Erfahrungen mit einem Freund zu teilen. Mach dich bereit für ein bisschen Spaß in der Sonne. Ich bin bereit für das Strandabenteuer. Ich packe meine Sonnencreme und mein Strandtuch ein. Machen wir das Beste aus unserem Kurzurlaub. Unbedingt. Vergessen Sie nicht Ihre Sonnenbrille und ein gutes Buch zum Lesen am Ufer. Es wird eine perfekte Flucht aus der Stadt sein. Ich habe sie auf meiner Packliste, zusammen mit einem Strandhut. Danke für die Erinnerung. Ich kann unsere kleine Flucht am Meer kaum erwarten. Ich auch nicht. Es wird ein fantastisches Wochenende voller Entspannung und Erkundung. Machen Sie sich bereit für eine unvergessliche Reise. Lektion 5 Kurzurlaube in der Nähe Hallo Anna. Hast du Lust auf einen Kurztrip an diesem Wochenende? Nicht weit von hier gibt es einen wunderschönen Ort. Hallo. Das klingt aufregend. Ich bin immer bereit für ein Abenteuer. Wo genau ist der Ort, von dem du sprichst? Es heißt Willow Creek. Es ist eigentlich ganz in der Nähe, nur ein paar Autostunden entfernt. Die Landschaft dort ist atemberaubend. Oh, ich habe von Willow Creek gehört. Ich habe Bilder gesehen und sie sehen toll aus. Ich wusste nicht, dass es so nah ist. Das ist perfekt. Ich habe am Sonntag einige Verpflichtungen, daher würde ein Tagesausflug gut für mich funktionieren. Welche Aktivitäten können wir dort machen? Entlang des Baches gibt es Wanderwege. Perfekt für Naturliebhaber. Wir können auch ein Picknick am Wasser machen oder die malerische Stadt in der Nähe erkunden. Wandern und Picknick klingen herrlich. Ich liebe es, von Natur umgeben zu sein. Wie ist die Wettervorhersage für das Wochenende? Es soll sonnig sein mit einer kühlen Brise. Ideales Wetter für Outdoor-Aktivitäten und um die landschaftliche Schönheit von Willow Creek zu genießen. Das klingt reizend. Ich packe auf jeden Fall etwas Sonnencreme und eine leichte Jacke ein. Gibt es noch etwas, was wir wissen oder mitbringen sollten? Es ist immer gut, eine Wasserflasche, ein paar Snacks und eine Kamera mitzubringen, um die malerischen Landschaften einzufangen. Oh, und bequeme Schuhe zum Wandern. Vermerkt! Ich mache eine Checkliste mit allem, was wir brauchen. Ich freue mich sehr auf diesen Kurzurlaub. Ich freue mich, dass du so aufgeregt bist. Es wird eine erfrischende Pause vom Trubel der Stadt sein. Wir werden viel Spaß haben, Willow Creek gemeinsam zu erkunden. Absolut! Danke, dass du diese Reise vorgeschlagen hast. Ich schätze Ihre Rücksichtnahme bei der Planung von etwas Lustigem für uns. Du bist willkommen! Es ist immer eine Freude, neue Erfahrungen zu teilen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Machen Sie sich bereit für einen unvergesslichen Tag in Willow Creek. Lektion 6 Verhandlungen des Lieferzeitplans Hallo Anna, ich habe den Projektzeitplan überprüft und ich denke, wir sollten den Zeitplan für die Umsetzung besprechen. Hallo John! Das ist ein gutes Argument. Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass der Lieferzeitplan realistisch und überschaubar ist. Absolut! Wir möchten einen Zeitplan festlegen, der es uns ermöglicht, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern, ohne uns zu beeilen oder Kompromisse einzugehen. Ich stimme voll und ganz zu. Qualität sollte immer unsere oberste Priorität sein. Also, welche spezifischen Änderungen schlagen Sie für den Lieferzeitplan vor? Nun, angesichts der Komplexität der anfallenden Aufgaben denke ich, dass wir dem ursprünglichen Zeitplan eine zusätzliche Woche hinzufügen sollten. Das klingt vernünftig. Es ist wichtig, unerwartete Herausforderungen oder zusätzliche Iterationen zu berücksichtigen, die während des Projekts auftreten können. Exakt! Indem wir den Zeitplan verlängern, können wir uns etwas Flexibilität verschaffen und unnötigen Stress oder überstürzte Arbeit vermeiden. Ich freue mich über Ihre Rücksichtnahme auf einen realistischen Zeitplan. Es zeigt, dass Sie die Qualität unserer Ergebnisse schätzen. Ich danke dir. Für uns ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen der Einhaltung von Terminen und der Lieferung eines Produkts zu finden, auf das wir stolz sein können. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Also, mit der zusätzlichen Woche, was wäre der neue vorgeschlagene Liefertermin? Wenn wir den ursprünglichen Zeitplan um eine Woche verlängern, wäre der neue vorgeschlagene Liefertermin in zwei Wochen. Wie klingt das für dich? Das klingt für mich vernünftig. Dadurch können wir ausreichend Zeit für gründliche Tests und alle erforderlichen Verbesserungen einplanen. Ich freue mich, dass Sie mit dem überarbeiteten Zeitplan einverstanden sind. Das gibt uns ausreichend Spielraum, um ein ausgefeiltes Endprodukt zu gewährleisten. Auf jeden Fall. Es ist immer besser, zu wenig zu versprechen und zu viel zu liefern, als sich zu beeilen und möglicherweise die Qualität zu gefährden. Absolut. Wir möchten, dass unsere Kunden von dem Ergebnis beeindruckt sind und sich sicher sind, dass wir ihre Bedürfnisse erfüllen können. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Indem wir den Zeitplan für die Umsetzung aushandeln, können wir klare Erwartungen formulieren und ein erfolgreiches Projekt abwickeln. Ich freue mich, dass wir diese Diskussion hatten. Es zeigt unser Engagement, Spitzenleistungen zu erbringen und gleichzeitig realistische Erwartungen zu erfüllen. Ich danke dir. Ich glaube, dieser überarbeitete Zeitplan wird zum Erfolg unseres Projekts beitragen. Lassen Sie uns mit Zuversicht voranschreiten. Lektion 7. Vertrauen und Komfort aufbauen Hallo Anna. Ich habe über unsere Teamdynamik nachgedacht. Ich glaube, dass die Stärkung des Vertrauens dazu beitragen wird, dass sich jeder wohlfühlt, wenn er seine Ideen teilt. Hallo John. Ich stimme vollkommen zu. Wenn Teammitglieder einander vertrauen, ist es wahrscheinlicher, dass sie sich öffnen und ohne zu zögern ihren Beitrag leisten. Absolut. Eine Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen, besteht darin, während der Diskussionen aktiv auf die Sichtweisen des anderen zu hören. Das ist ein gutes Argument. Wenn wir anderen wirklich zuhören, zeigt das, dass wir ihren Beitrag schätzen und ihre Meinung respektieren. Exakt. Es ist auch wichtig, ein Umfeld zu fördern, in dem sich jeder sicher fühlt, um seine Gedanken ohne Angst vor einem Urteil auszudrücken. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wenn sich Menschen sicher fühlen, sind sie eher bereit, Risiken einzugehen und innovative Ideen zu teilen. Darüber hinaus kann die Anerkennung und Wertschätzung der Beiträge der Teammitglieder einen großen Beitrag zur Förderung von Vertrauen und Komfort leisten. Das ist wahr. Die Bemühungen anderer anzuerkennen und anzuerkennen, stärkt nicht nur ihr Selbstvertrauen, sondern stärkt auch die Bindung innerhalb des Teams. Absolut. Es ist auch wichtig, zuverlässig zu sein und unseren Verpflichtungen nachzukommen. Beständigkeit schafft im Laufe der Zeit Vertrauen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist unsere transparente und ehrliche Kommunikation. Offenheit hilft dabei, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Auf jeden Fall. Wenn wir transparent sind, werden alle Zweifel oder Verdächtigungen beseitigt und sinnvollere und authentischere Interaktionen ermöglicht. Absolut. Schließlich sollten wir Möglichkeiten für Teambuilding-Aktivitäten außerhalb der Arbeit schaffen. Der Aufbau persönlicher Verbindungen kann Vertrauen und Kameradschaft stärken. Das ist eine tolle Idee. Teambuilding-Aktivitäten helfen uns, einander besser zu verstehen und schaffen ein Gefühl der Einheit und des Vertrauens. Insgesamt können wir durch die Stärkung des Vertrauens und die Schaffung eines angenehmen Umfelds ein kollaboratives Team fördern, in dem sich jeder geschätzt und gestärkt fühlt. Absolut. Wenn Vertrauen aufgebaut ist, ebnet es den Weg für eine bessere Kommunikation, Kreativität und Produktivität unter den Teammitgliedern. In der Tat. Lassen Sie uns versuchen, diese Strategien umzusetzen und ein unterstützendes und vertrauensvolles Arbeitsumfeld für alle zu schaffen. Lektion 8 Zimmerlieferung Hallo Anna. Ich habe einige Dokumente, die auf mein Zimmer gebracht werden müssen. Kannst du mir dabei helfen? Hallo John. Natürlich helfe ich gerne weiter. Teilen Sie mir einfach die Einzelheiten mit und ich werde dafür sorgen, dass sie auf Ihr Zimmer gebracht werden. Das ist großartig. Das sind vertrauliche Dateien, also wäre es am besten, wenn Sie sie persönlich bearbeiten könnten. Absolut. Die Gewährleistung der Sicherheit und des Datenschutzes Ihrer Dokumente hat für mich Priorität. Ich bringe sie direkt auf dein Zimmer. Ich schätze Ihre Liebe zum Detail. Es ist wichtig, die Vertraulichkeit unserer Arbeit zu wahren. Das verstehe ich vollkommen. Vertrauen und Diskretion sind beim Umgang mit sensiblen Informationen entscheidend. Auf jeden Fall. Durch die Stärkung des Vertrauens fühlen sich unsere Kunden wohl, wenn sie vertrauliche Materialien mit uns teilen. Du hast absolut recht. Der Aufbau von Vertrauen ist in jedem professionellen Umfeld von entscheidender Bedeutung, insbesondere beim Umgang mit vertraulichen Angelegenheiten. Vertrauen ist die Grundlage starker Beziehungen, sowohl im Geschäfts- als auch im Privatleben. Es schafft ein Gefühl von Zuverlässigkeit und Zuverlässigkeit. Absolut. Wenn Menschen uns vertrauen, ist es wahrscheinlicher, dass sie zusammenarbeiten und wertvolle Informationen austauschen, was zu besseren Ergebnissen führt. Vertrauen fördert auch eine offene Kommunikation. Es ermöglicht ehrliche Diskussionen und die Möglichkeit, auf Bedenken oder Herausforderungen einzugehen. Das ist wahr. Wenn Vertrauen besteht, fühlen sich die Menschen sicher, ihre Meinung zu äußern und gemeinsam auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten. Genau. Indem wir Vertrauen schaffen, schaffen wir ein Umfeld, in dem die Ideen aller geschätzt und respektiert werden. Und das führt zu mehr Produktivität und Innovation. Wenn Menschen einander vertrauen, können sie ihre einzigartigen Perspektiven frei einbringen. Absolut. Die Zusammenarbeit gedeiht in einer Atmosphäre des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts, was die Gesamtqualität unserer Arbeit verbessert. Vertrauen ist ein fortlaufender Prozess. Es erfordert Beständigkeit, Ehrlichkeit und Transparenz, um es im Laufe der Zeit aufrecht zu erhalten und zu stärken. Du hast recht. Vertrauen entsteht durch unser Handeln und die Art und Weise, wie wir andere behandeln. Es ist etwas, das wir immer aufrecht erhalten sollten. Ich stimme voll und ganz zu. Vertrauen ist ein wertvolles Gut, dessen Aufbau einige Zeit in Anspruch nehmen kann, das aber leicht verloren gehen kann, wenn es nicht gepflegt wird. Es ist eine Verantwortung, die wir annehmen und respektieren sollten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei der Zustellung der Dokumente. Es ist mir ein Vergnügen. Ich werde es mit größter Sorgfalt behandeln und sie umgehend auf Ihr Zimmer bringen. Ich schätze Ihre Professionalität. Ich warte in meinem Zimmer und freue mich auf die Dokumente. Lektion 9 – Fehlinterpretation der Frist Hallo Anna. Ich habe einige besorgniserregende Neuigkeiten. Unser Kollege hat die Frist für den Bericht falsch interpretiert. Oh nein, das ist nicht gut. Wir müssen das so schnell wie möglich angehen. Wie ist das passiert? Es scheint, dass es bezüglich des Fälligkeitsdatums einige Verwirrung gab. Unser Kollege dachte, es sei eine Woche später, als es tatsächlich ist. Das ist bedauerlich. Wir können uns keine Verzögerungen leisten. Wir sollten mit unserem Kollegen sprechen und die richtige Frist klären. Auf jeden Fall. Die Stärkung einer klaren Kommunikation und die Festlegung von Erwartungen werden dazu beitragen, solche Missverständnisse in Zukunft zu vermeiden. Absolut. Es ist wichtig, dass alle auf derselben Wellenlänge sind, um unmütige Rückschläge zu vermeiden. Lassen Sie uns ein Treffen mit unserem Kollegen vereinbaren. Das ist eine gute Idee. Wir können die Situation besprechen und gemeinsam eine Lösung finden. Ich melde mich und arrangiere das Treffen. Großartig. In der Sitzung sollten wir auch betonen, wie wichtig es ist, die Fristen noch einmal zu überprüfen und bei Unklarheiten um Klärung zu sorgen. Absolut. Es ist wichtig, einen proaktiven Ansatz zu verfolgen und sicherzustellen, dass jeder die Zeitpläne und Ergebnisse versteht. Ich stimme voll und ganz zu. Auf diese Weise können wir ähnliche Vorfälle vermeiden und einen reibungslosen Arbeitsablauf innerhalb des Teams aufrechterhalten. Auf jeden Fall. Die Stärkung des Vertrauens und der offenen Kommunikation wird unseren Kollegen helfen, sich bei Unsicherheiten wohlzufühlen. Das ist Essenziel. Es ist besser, Missverständnisse frühzeitig auszuräumen, als sich mit den Folgen verpasster Termine auseinanderzusetzen. Absolut. Wir müssen ein unterstützendes Umfeld schaffen, in dem sich jeder sicher fühlt, Fragen zu stellen und nach Klärung zu suchen. Einverstanden. Stellen wir sicher, dass unser Kollege weiß, dass wir hier sind, um zu helfen und dass es immer besser ist, im Zweifelsfall um Hilfe zu bitten. Das ist der richtige Ansatz. Gemeinsam können wir diese Situation bewältigen und sicherstellen, dass zukünftige Termine ohne Verwirrung eingehalten werden. Absolut. Wir werden aus dieser Erfahrung lernen und bessere Praktiken implementieren, um zu verhindern, dass ähnliche Probleme in Zukunft auftreten. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Rückschlag überwinden und weiterhin qualitativ hochwertige Arbeit pünktlich liefern können. Lassen Sie uns das umgehend angehen. Auf jeden Fall. Indem wir proaktive Maßnahmen ergreifen, können wir aus dieser Situation eine wertvolle Lektion machen und die Gesamteffizienz unseres Teams verbessern. Einverstanden. Ich werde mich sofort mit unserem Kollegen in Verbindung setzen und das Treffen vereinbaren. Gemeinsam werden wir eine Lösung finden und weitermachen. Lektion 10. Die Karibik erkunden Hallo Anna. Hast du die Karibik-Inseln für unseren nächsten Urlaub in Betracht gezogen? Hallo John. Oh, das klingt großartig. Ich wollte schon immer die Karibik besuchen. Welche Inseln schweben dir vor? Es gibt so viele schöne Möglichkeiten. Ich dachte daran, Jamaika, Barbados oder vielleicht sogar die Dominikanische Republik zu erkunden. Das klingt alles nach fantastischen Entscheidungen. Jamaika ist bekannt für seine lebendige Kultur und seine atemberaubenden Strände, während Barbados eine Mischung aus Entspannung und Abenteuer bietet. Absolut. Und die Dominikanische Republik bietet atemberaubende Landschaften und eine reiche Geschichte. Es ist ein Paradies für Naturliebhaber. Ich stimme zu. Die Karibischen Inseln bieten eine einzigartige Mischung aus natürlicher Schönheit, herzlicher Gastfreundschaft und der Möglichkeit, in die lokale Kultur einzutauchen. Genau das suche ich in einem Urlaub. Ich möchte die lebendige Musik erleben, die köstliche Küche probieren und an malerischen Ufern entspannen. Es klingt nach dem perfekten Kurzurlaub. Ich kann mir schon vorstellen, an den weißen Sandstränden entlang zu schlendern und das kristallklare türkisfarbene Wasser zu genießen. Und vergessen wir nicht die Gelegenheit, einige aufregende Wassersportarten wie Schnorcheln, Tauchen oder sogar Surfen auszuprobieren. Oh, auf jeden Fall. Die farbenfrohen Korallenriffe zu erkunden und neben tropischen Fischen zu schwimmen, wäre ein unvergessliches Erlebnis. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist eine Gelegenheit, sich mit der Natur zu verbinden und die Wunder der Unterwasserwelt zu schätzen. Neben den Stränden habe ich gehört, dass die Karibikinseln einige faszinierende historische Städten und Sehenswürdigkeiten haben, die einen Besuch wert sind. Absolut. Orte wie die historische Stadt Palmout auf Jamaika oder das UNESCO-Weltkulturerbe Brimstone Hill Fortress in St. Kitts und Nevis. Das ist richtig. Es wäre unglaublich, bei der Erkundung dieser Sehenswürdigkeiten etwas über die reiche Geschichte und das kulturelle Erbe der Karibik zu erfahren. Und vergessen wir nicht die lokale Küche. Ich habe gehört, dass karibisches Essen eine köstliche Mischung von Aromen ist, die von der afrikanischen, indischen und europäischen Küche beeinflusst sind. Ich freue mich schon darauf, Gerichte wie Järgtschicken, Reis und Erbsen sowie köstliche Meeresfrüchte zu probieren, die mit lokalen Gewürzen und Gewürzen zubereitet werden. Es wird mit Sicherheit ein kulinarisches Abenteuer. Wir werden uns mit einer Vielzahl von Aromen verwöhnen lassen und die Essenz der Karibik probieren. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung unserer Reise zu beginnen. Die Karibikinseln bieten so viel zu entdecken und zu erleben. Es wird eine unvergessliche Reise werden. Absolut! Es ist ein Reiseziel, das Entspannung, Abenteuer und die Möglichkeit verspricht, bleibende Erinnerungen zu schaffen. Lassen Sie uns das möglich machen! Lektion 11 – Tipps für nahrhaftes Essen Hallo Anna, ich versuche in letzter Zeit, mich gesünder zu ernähren. Hast du irgendwelche Tipps zur Auswahl nahrhafter Lebensmittel? Hallo John! Absolut! Ich helfe gerne weiter. Ein Tipp ist, sich auf Vollwertkost wie Obst, Gemüse und magere Proteine zu konzentrieren. Das klingt großartig! Ich habe gehört, dass es von Vorteil ist, eine Vielzahl von Farben in Ihre Mahlzeiten zu integrieren. Stimmt das? Ja, das ist es! Verschiedenfarbiges Obst und Gemüse enthält eine Reihe von Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien, die gut für unsere Gesundheit sind. Das ist interessant! Es geht also nicht nur um den Geschmack, sondern auch um die ernährungsphysiologischen Vorteile, die Sie bieten. Exakt! Indem Sie Ihrem Teller eine Vielzahl von Farben hinzufügen, können Sie sicherstellen, dass Sie eine Vielzahl von Nährstoffen erhalten. Das macht Sinn! Gibt es bestimmte Obst- oder Gemüsesorten, die Sie empfehlen? Es ist am besten, eine Mischung aus verschiedenen Obst- und Gemüsesorten hinzuzufügen. Einige Beispiele sind Blattgemüse wie Spinat, Beeren, Zitrusfrüchte und Kreuzblütler wie Brokkoli und Blumenkohl. Ich werde sicherstellen, dass ich Sie zu meiner Einkaufsliste hinzufüge. Was ist mit Kohlenhydraten? Gibt es gesündere Optionen? Auf jeden Fall! Entscheiden Sie sich anstelle von raffiniertem Getreide wie Weißbrot und Nudeln für Vollkornprodukte wie Quinoa, braunen Reis und Vollkornbrot. Was ist mit Proteinen? Gibt es schlanke Optionen, die ich in Betracht ziehen sollte? Ja, magere Proteine sind eine gute Wahl. Du kannst Quellen wie Hühnchen ohne Haut, Trotan, Fisch, Tofu und Hülsenfrüchte wie Linsen und Bohnen einbeziehen. Das ist hilfreich. Ich werde versuchen, mehr davon in meine Mahlzeiten aufzunehmen. Was ist mit Snacks? Gibt es nahrhafte Optionen für zwischendurch? Absolut! Naschen Sie Dinge wie Nüsse, Samen, griechischen Joghurt oder geschnittenes Obst und Gemüse. Sie liefern Nährstoffe und helfen Ihnen, zufrieden zu sein. Ich werde mich mit diesen Snacks eindecken. Das klingt nach einer guten Möglichkeit, ungesunde Entscheidungen zu vermeiden, wenn der Hunger zuschlägt. Auf jeden Fall! Wenn Sie gesündere Snacks zur Verfügung haben, können Sie bessere Entscheidungen treffen und vermeiden, nach weniger nahrhaften Optionen zu greifen. Das ist ein guter Rat. Ich freue mich über Ihre Tipps zur Auswahl nahrhafter Lebensmittel. Es gibt mir einen guten Ausgangspunkt. Du bist willkommen! Denken Sie daran, dass kleine Veränderungen im Laufe der Zeit zu erheblichen Verbesserungen Ihrer allgemeinen Gesundheit führen können. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen teilen und mir auf meinem Weg zu einem gesünderen Lebensstil helfen. Es ist mir ein Vergnügen. Es freut mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie diese jederzeit stellen. Das werde ich. Ihre Beratung wird sehr geschätzt. Ich freue mich darauf, meine Ernährung positiv zu verändern. Lektion 12 – Abwechslung im Alltag Hallo Anna! Ich habe das Gefühl, dass ich etwas Abwechslung in meinem Tagesablauf gebrauchen könnte. Hallo John! Das ist eine großartige Idee. Die Monotonie zu durchbrechen kann Ihrem Tag frische und Aufregung verleihen. Welche Aspekte Ihrer Routine möchten Sie ändern? Ich denke, es wäre ein guter Anfang, zwischen meinen Trainingsaktivitäten zu wechseln und verschiedene gesunde Rezepte auszuprobieren. Das klingt perfekt. Indem Du Deine Übungen wechselst, beanspruchst Du verschiedene Muskelgruppen und hältst Dein Training interessant. Und wenn Sie neue Rezepte ausprobieren, lernen Sie eine Vielzahl nahrhafter Lebensmittel kennen. Genau! Es ist wichtig, unseren Körper immer wieder herauszufordern und unseren kulinarischen Horizont zu erweitern. Haben Sie Vorschläge für Bewegungsalternativen? Das sind tolle Vorschläge. Ich wollte schon immer Schwimmen ausprobieren und Tanzkurse klingen nach einer Menge Spaß. Was Rezepte angeht, hast Du irgendwelche Quellen für Ideen für gesunde Mahlzeiten? Definitiv! Ich lasse mich oft von Kochwebsites, gesundheitsorientierten Kochbüchern und sogar Social-Media-Plattformen inspirieren, auf denen Köche und Ernährungswissenschaftler ihre Rezepte teilen. Es ist eine Fundgrube kulinarischer Kreativität. Das ist fantastisch! Ich werde sicherstellen, dass ich diese Ressourcen erkunde und mit neuen Geschmacksrichtungen und Zutaten experimentiere. Es wird aufregend sein, köstliche und nahrhafte Mahlzeiten zu entdecken. Unbedingt! Vergessen Sie nicht, eine Vielzahl von Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und mageren Proteinen in Ihre Rezepte aufzunehmen. Sie liefern wichtige Nährstoffe und sorgen dafür, dass Ihre Mahlzeiten ausgewogen sind. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Es ist wichtig, meinen Körper mit gesunden Inhaltsstoffen zu ernähren. Indem ich verschiedene Rezepte ausprobiere, kann ich meinen Gaumen erweitern und gesundes Essen zum Genuss machen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Gesundes Essen muss nicht langweilig sein. Mit ein bisschen Kreativität können Sie köstliche Gerichte kreieren, die auch Ihnen gut tun. Das ist das Ziel. Ich möchte positive Veränderungen vornehmen und gleichzeitig den Prozess genießen. Vielen Dank für Ihre wertvollen Erkenntnisse. Ich freue mich darauf, mich auf diese Reise der routinemäßigen Abwechslung zu begeben. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, dass das Annehmen von Veränderungen und das Erkunden neuer Erfahrungen zu persönlichem Wachstum und einem erfüllteren Lebensstil führen kann. Absolut. Auf eine lebendigere und abwechslungsreichere Routine. Ich werde sofort damit beginnen, diese Änderungen zu integrieren. Lektion 13 Verantwortlichkeiten abwägen Hallo Anna, ich habe versucht, einen Weg zu finden, meine Arbeit und mein Privatleben in Einklang zu bringen. Hast du irgendwelche Vorschläge? Hallo! Das ist eine häufige Herausforderung. Ein Ansatz besteht darin, Aufgaben zu priorisieren und Grenzen zu setzen, um sich nicht überfordert zu fühlen. Das macht Sinn. Wie verwalten Sie Ihre Zeit effektiv, um Burnout vorzubeugen? Nun, ich erstelle einen Zeitplan und weise bestimmte Zeitfenster für Arbeits- und Freizeitaktivitäten zu. Es hilft mir, ein gesundes Gleichgewicht zu halten. Das klingt hilfreich. Ich habe oft Probleme damit, Nein zu zusätzlichen Aufgaben zu sagen. Irgendwelche Tipps zum Setzen von Grenzen? Es ist wichtig, dass du deine Grenzen identifizierst und sie selbstbewusst kommunizierst. Denken Sie daran, dass es in Ordnung ist, Ihrem Wohlbefinden Priorität einzuräumen. Du hast recht. Ich sollte mich nicht schuldig fühlen, weil ich auf mich selbst aufgepasst habe. Ich werde anfangen, Nein zu sagen, wenn es nötig ist. Das ist eine großartige Denkweise. Indem Sie Grenzen setzen, haben Sie mehr Kontrolle über Ihre Zeit und Energie. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Es wird definitiv meine allgemeine Produktivität und mein Glück verbessern. Auf jeden Fall. Denken Sie daran, dass Pausen und Aktivitäten, die Ihnen Spaß machen, auch Ihre Energie wieder auffüllen und die Konzentration verbessern. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist wichtig, Freizeitaktivitäten in meine Routine zu integrieren, um Burnout zu vermeiden. Absolut. Es könnte etwas so Einfaches sein wie Spazierengehen oder einem Hobby nachgehen, das dir Freude bereitet. Wenn möglich, sollte ich auch erwägen, Aufgaben zu delegieren. Es kann die Arbeitsbelastung verringern und Wachstumschancen schaffen. Das ist ein kluger Ansatz. Delegieren reduziert nicht nur Ihre Belastung, sondern befähigt auch andere, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Ich stimme zu. Es ist eine Win-Win-Situation. Ich fange an, Aufgaben zu identifizieren, die an meine Teammitglieder delegiert werden können. Das ist toll zu hören. Denken Sie daran, dass effektives Zeitmanagement und Ausgeglichenheit für langfristigen Erfolg und Wohlbefinden unerlässlich sind. Vielen Dank für Ihren wertvollen Rat. Ich bin dankbar für Ihre Erkenntnisse zur Suche nach einer gesunden Work-Life-Balance. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, dass es genauso wichtig ist, auf sich selbst aufzupassen wie das Erreichen beruflicher Ziele. Absolut. Ich mache es zu einer Priorität. Danke nochmal. Ich schätze Ihre Unterstützung. Lektion 14 Hausgemachte Pizza backen Hallo Anna. Ich habe mir überlegt, heute Abend selbstgemachte Pizza zu machen. Welche Zutaten brauchen wir? Hallo John. Das klingt köstlich. Wir benötigen Mehl, Hefe, Wasser, Käse, Tomatensause und einige Belege wie Gemüse oder Fleisch. Mozzarella ist die traditionelle Wahl für Pizza, aber wir können auch mit anderen Käsesorten wie Cheddar oder Feta experimentieren, um einen einzigartigen Geschmack zu erzielen. Toller Vorschlag. Nehmen wir Mozzarella für den authentischen Geschmack. Nun, wie machen wir den Pizzateig? Es ist ganz einfach. Wir müssen Mehl, Hefe, Wasser und etwas Salz miteinander vermischen. Dann kneten Sie den Teig, bis er glatt und elastisch wird. Ich hab's. Also lassen wir den Teig einige Zeit gehen, oder? Ja, das ist richtig. Wir decken den Teig ab und lassen ihn an einem warmen Ort gehen, bis er sich verdoppelt hat. Normalerweise dauert es ungefähr eine Stunde. Während der Teig aufgeht, können wir die Tomatensauce zubereiten. Irgendwelche Tipps für die Zubereitung einer würzigen Sauce? Absolut. Sie können etwas Knoblauch und Zwiebeln in Olivenöl anbraten und dann zerkleinerte Tomaten, Kräuter wie Basilikum und Oregano und eine Prise Zucker hinzufügen, um den Säuregehalt auszugleichen. Das klingt köstlich. Ich kann mir schon vorstellen, wie die Sauce in der Küche duftet. Nun, wie bauen wir die Pizza zusammen? Sobald der Teig aufgegangen ist, teilen wir ihn in kleinere Portionen auf und formen sie zu Runden. Dann verteilen wir die Tomatensauce und streuen den Käse und die Toppings darüber. Sollen wir den Ofen vorheizen, bevor wir die Pizza backen? Ja, auf jeden Fall. Heizen Sie den Ofen auf einer hohen Temperatur vor, etwa 475 Grad Fahrenheit, 245 Grad Celsius, um eine knusprige Kruste zu gewährleisten. Es ist wichtig, auch einen vorgewärmten Pizzastein oder ein Backblich zu verwenden. Vermerkt. Und wie lange muss die Pizza im Ofen backen? Normalerweise dauert es etwa 12 bis 15 Minuten, abhängig von der Dicke der Kruste und der Belege. Behalte es im Auge, und sobald der Käse geschmolzen und goldbraun ist, ist er fertig. Ich kann es kaum erwarten, unsere hausgemachte Pizza zu genießen. Der Vorgang scheint unkompliziert zu sein und ich bin mir sicher, dass er fantastisch schmecken wird. Lektion 15 Essentials für Picknicks Hallo Anna. Ich habe über unser bevorstehendes Picknick nachgedacht. Klingt nach einem Plan. Ich packe ein paar Sandwiches und Obst für uns ein. Das ist eine tolle Idee. Ich werde sicherstellen, dass ich eine Decke und etwas Sonnencreme für den Ausflug mitbringe. Perfekt. Wir können uns ein schönes Plätzchen im Park suchen und beim Essen die Sonne genießen. Haben Sie Vorschläge für andere Picknick-Utensilien? Wir sollten auf jeden Fall eine Kühlbox mit erfrischenden Getränken mitbringen. Wie wäre es mit Limonade oder Eistee? Ausgezeichneter Vorschlag. Ich werde sicherstellen, dass ich eine Vielzahl von Getränken mitbringe, um uns mit Feuchtigkeit zu versorgen. Was ist mit Snacks? Hast du irgendwelche Favoriten? Ich liebe es, Chips und Salsa zu essen. Es verleiht dem Picknick eine schöne Note. Und vielleicht auch etwas Käse und Cracker? Klingt köstlich. Ich werde eine Vielzahl von Chips, Salsa, Käse und Crackern in unseren Picknickkorb legen. Es ist immer gut, Optionen zu haben. Absolut. Abwechslung macht das Picknick angenehmer. Oh, und vergessen Sie nicht einige süße Leckereien wie Kekse oder frisches Obst. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Lass uns eine Mischung aus Keksen und einer Auswahl an saftigen Früchten einpacken. Es wird unser Verlangen nach süßem Stillen. Perfekt. Wir werden eine große Auswahl an Lebensmitteln haben. Der Einfachheit halber bringe ich auch ein paar Servietten und Einwegteller mit. Gute Überlegung. Es ist immer praktisch, das Nötigste dabei zu haben. Gibt es noch etwas, das wir für unser Picknick in Betracht ziehen sollten? Vielleicht ein paar Spiele im Freien wie Frisbee oder Fußball. Wir können Spaß haben und während unseres Picknicks aktiv bleiben. Exzellente Idee. Ich packe einen Frisbee und einen Fußball ein, damit wir einen Freundschaftswettbewerb genießen können. Es wird ein zusätzliches Element des Spaßes hinzufügen. Das klingt fantastisch. Ich kann unser Picknick kaum erwarten. Es wird ein wunderbarer Tag mit gutem Essen und toller Gesellschaft. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Unser Picknick wird ein unvergessliches Erlebnis. Darauf freue ich mich. Lektion 16 Hobbys erkunden Hallo Anna. Hast du in letzter Zeit irgendwelche neuen Hobbys ausprobiert? Hallo. Ja, ich habe mich mit Malerei beschäftigt. Es ist eine großartige Möglichkeit, meiner Kreativität Ausdruck zu verleihen. Wie steht's mit dir? Das klingt interessant. Ich habe mich für Fotografie interessiert. Es ermöglicht mir, schöne Momente festzuhalten. Wie lange malst du schon? Ich male seit ungefähr einem Jahr und es ist ein wunderbares Outlet für mich geworden. Was gefällt dir am Fotografieren am meisten? Ich liebe es, wie ich mit der Fotografie die Essenz eines Moments festhalten und eine Geschichte durch Bilder erzählen kann. Es ist wirklich faszinierend. Das ist unglaublich. Ich glaube, sowohl Malerei als auch Fotografie ermöglichen es uns, unsere einzigartigen Perspektiven und Emotionen zu präsentieren. Unbedingt. Es sind Formen des visuellen Ausdrucks, die zutiefst persönlich und bedeutungsvoll sein können. Auf jeden Fall. Es ist faszinierend, wie verschiedene Kunstformen verschiedene Emotionen hervorrufen und auf unterschiedliche Weise mit Menschen in Kontakt treten können. Ich stimme voll und ganz zu. Kunst hat die Kraft, zu inspirieren, zum Nachdenken anzuregen und starke Emotionen in uns hervorzurufen. Es ist unglaublich, wie ein einzelnes Gemälde oder Foto eine Botschaft vermitteln oder uns in eine andere Welt entführen kann. Ja, Kunst hat die Fähigkeit, Sprachbarrieren zu überwinden und universell zu kommunizieren. Das ist das Schöne daran. Es ist eine eigene Sprache, die von Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und Hintergründen verstanden und geschätzt wird. Absolut. Es überbrückt Lücken und fördert das Verständnis, sodass wir die Vielfalt menschlichen Ausdrucks schätzen lernen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Erforschung verschiedener Kunstformen hilft uns auch, neue Perspektiven zu entdecken und unseren Horizont zu erweitern. Stimmt. Es ermutigt uns, die Welt in einem anderen Licht zu sehen und die Schönheit zu schätzen, die uns umgibt. Ob durch Malerei, Fotografie oder eine andere Kunstform, das Wichtigste ist, Freude und Erfüllung in unseren kreativen Aktivitäten zu finden. Du hast recht. Es geht darum herauszufinden, was uns persönlich anspricht und uns auf die Reise der Selbstdarstellung einzulassen. Exakt. Lassen Sie uns also unsere Leidenschaften weiter erforschen und unsere Kreativität weiter fördern. Wer weiß, welche erstaunlichen Entdeckungen vor uns liegen. Klingt nach einem Plan. Lasst uns unsere künstlerischen Bestrebungen weiterverfolgen und uns dabei gegenseitig inspirieren. Unbedingt. Unterstützen und fördern wir uns gegenseitig in der künstlerischen Entwicklung. Auf die spannende Welt der Kunst und Selbstfindung. Prost darauf. Auf endlose Kreativität und die Freude, die sie in unser Leben bringt. Lektion 17. Bleiben Sie hydratisiert. Hallo Anna. Hast du in letzter Zeit genug Wasser getrunken? Hallo John. Ja, ich tuckere es den ganzen Tag. Es ist wichtig, hydratisiert zu bleiben, oder? Unbedingt. Ausreichend Wasser zu trinken ist für unsere allgemeine Gesundheit unerlässlich. Wie viel Wasser sollten wir täglich trinken? Das ist unterschiedlich, aber eine allgemeine Richtlinie lautet, etwa 8 Gläser oder 64 Unzen Wasser pro Tag anzustreben. Das ist gut zu wissen. Manchmal vergesse ich genug Wasser zu trinken. Irgendwelche Tipps, um den ganzen Tag über hydratisiert zu bleiben? Ein hilfreicher Tipp ist, eine wiederverwendbare Wasserflasche mitzunehmen. Es ist eine praktische Erinnerung daran, regelmäßig Wasser zu trinken. Das ist eine tolle Idee. Ich werde dafür sorgen, dass eine Wasserflasche griffbereit ist. Gibt es Anzeichen von Dehydrierung, auf die wir achten sollten? Ja, einige häufige Anzeichen einer Dehydrierung sind Durstgefühl, Mundtrockenheit und Schwindel oder Müdigkeit. Wenn wir uns dehydriert fühlen, welche anderen feuchtigkeitsspendenden Optionen gibt es neben Wasser? Neben Wasser können wir auch Kräutertees, aufgegossenes Wasser und Lebensmittel mit hohem Wassergehalt wie Obst und Gemüse hydratisieren. Ah, das ist interessant. Ich habe nie daran gedacht, durch Lebensmittel Feuchtigkeit zu spenden. Empfehlen Sie bestimmte Obst- oder Gemüsesorten. Wassermelone, Gurken, Erdbeeren und Orangen sind großartige Optionen. Sie sind nicht nur feuchtigkeitsspendend, sondern auch voller Vitamine und Mineralien. Davon werde ich auf jeden Fall mehr in meine Ernährung aufnehmen. Ist es möglich, zu viel Wasser zu trinken? Es ist zwar selten, aber es ist möglich, zu viel Wasser zu trinken, was zu einer sogenannten Wasservergiftung führen kann. Es ist wichtig, in Maßen zu trinken. Ich verstehe. Es geht also darum, das richtige Gleichgewicht zu finden. Vielen Dank, dass Sie diese wertvollen Tipps zur Flüssigkeitszufuhr geteilt haben. Hallo Anna. Hast du die Annehmlichkeiten bemerkt, die in jedem Gebäude zur Verfügung stehen? Hallo John. Ja, einige Gebäude haben tolle Einrichtungen. Es wäre toll, ein Fitnessstudio in unserem Gebäude zu haben, findest du nicht? Unbedingt. Ich wollte schon immer regelmäßiger Sport treiben, und ein Fitnessstudio direkt im Erdgeschoss wäre so praktisch. Es geht nicht nur um Bequemlichkeit. Ein Fitnessstudio im Gebäude würde auch einen gesünderen Lebensstil für alle, die hier leben, fördern. Du hast recht. Es wäre ein großer Anreiz, aktiv zu bleiben und regelmäßig Sport zu treiben. Welche anderen Annehmlichkeiten wären Ihrer Meinung nach von Vorteil? Ein Swimmingpool wäre fantastisch, besonders in den heißen Sommermonaten. Es könnte eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen und abzukühlen. Das ist ein gutes Argument. Ein Schwimmbad würde nicht nur für Erholung sorgen, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl unter den Bewohnern fördern. Absolut. Es wäre ein perfekter Ort für Nachbarn, um sich zu treffen, Kontakte zu knüpfen und vielleicht sogar Schwimmveranstaltungen oder Kurse zu organisieren. Ich stimme zu. Es ist wichtig, ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen, und gemeinsame Annehmlichkeiten können definitiv dazu beitragen. Neben einem Fitnessstudio und einem Swimmingpool wäre es auch schön, einen Dachgarten oder einen gemeinsamen Außenbereich zu haben, in dem die Leute frische Luft genießen können. Ich liebe die Idee eines Dachgartens. Es wäre eine friedliche Oase inmitten der Stadt, in der sich die Bewohner entspannen und mit der Natur in Kontakt treten können. Es ist wichtig, Räume zu haben, die sowohl das körperliche als auch das geistige Wohlbefinden fördern. Der Zugang zu Grünanlagen kann sich positiv auf unsere allgemeine Gesundheit auswirken. Auf jeden Fall. Es ist erstaunlich, wie Annehmlichkeiten wie diese unser Wohnerlebnis verbessern und dafür sorgen können, dass sich unser Gebäude wie ein Zuhause anfühlt. Absolut. Gut durchdachte Annehmlichkeiten steigern den Wert der Immobilie und verbessern die Lebensqualität aller Bewohner des Gebäudes. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Hoffen wir, dass unser Gebäudemanagement erwägt, einige dieser Annehmlichkeiten in Zukunft zu integrieren. Ja, wir drücken die Daumen. Es wäre wunderbar zu sehen, wie unser Gebäude zu einem Ort wird, an dem die Bewohner einen ausgewogenen und erfüllten Lebensstil führen können. In der Tat. Diese Annehmlichkeiten würden unser Gebäude wirklich von anderen abheben und eine lebendige und einladende Gemeinschaft schaffen. Absolut. Lassen Sie uns unsere Hoffnungen aufrechterhalten und weiterhin die Annehmlichkeiten genießen, die uns bereits zur Verfügung stehen. Einverstanden. Machen wir das Beste aus dem, was wir haben, und freuen wir uns auf das, was die Zukunft bringen könnte. Lektion 19. Die Schönheit der Natur Hallo Anna, hast du dir jemals die Zeit genommen, die Schönheit der Natur zu schätzen? Hallo John, absolut. Die Schönheit der Natur versetzt mich immer in Ehrfurcht. Die Farben, die Landschaften, alles ist so atemberaubend. Mir geht es genauso. Es ist wirklich bemerkenswert, wie die Natur so atemberaubende Sehenswürdigkeiten schaffen kann. Die Berge, Wälder und Ozeane sind alle so faszinierend. Definitiv. Die Art und Weise, wie das Sonnenlicht durch die Bäume in einem Wald fällt oder die Wellen auf die Küste prallen, das alles ist so faszinierend. Und vergessen wir nicht die leuchtenden Farben der Blumen in einem Garten oder die Ruhe eines ruhigen Sees. Die Natur hat eine Art, unsere Seelen zu beruhigen. Absolut. Es ist wie eine Form der Therapie. Immer wenn ich mich gestresst oder überfordert fühle, hilft es mir, Zeit in der Natur zu verbringen, Ruhe und Trost zu finden. Das verstehe ich vollkommen. Die Natur hat diese unglaubliche Fähigkeit, uns zu verjungen und uns das Gefühl zu geben, mit etwas Größerem als uns selbst verbunden zu sein. Das ist so wahr. Es erinnert daran, dass wir nur ein kleiner Teil dieser riesigen und großartigen Welt sind. Wir sollten sie schätzen und schützen. Absolut. Wir haben die Verantwortung, die Schönheit der Natur zu bewahren, damit zukünftige Generationen sie genießen können. Es ist ein kostbares Geschenk, das wir schätzen müssen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns bewusst versuchen, auf unsere Umwelt zu achten und die Wunder der Natur jeden Tag zu schätzen. Auf jeden Fall. Egal, ob wir im Park spazieren gehen, wandern gehen oder einfach in unserem Hinterhof sitzen, nehmen wir uns Zeit, um die Schönheit der Natur zu genießen. Ich bin voll und ganz dafür. Machen wir es uns zur Gewohnheit, in die Schönheit der Natur einzutauchen und uns von ihr in allen Aspekten unseres Lebens inspirieren zu lassen. Das klingt nach einem wunderbaren Plan. Die Natur hat so viel zu bieten, und ich kann es kaum erwarten, sie noch mehr zu erkunden und zu schätzen. Lektion 20 Sich auf ein Gespräch einlassen Hallo Anna, findest du es wichtig, während eines Gesprächs relevante Fragen zu stellen? Hallo John! Absolut. Relevante Fragen zu stellen hilft dabei, das Gespräch spannend zu halten und zeigt echtes Interesse an der anderen Person. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist eine großartige Möglichkeit, unser Verständnis zu vertiefen und mehr über das Thema oder die Person zu erfahren, mit der wir sprechen. Exakt. Es zeigt auch aktives Zuhören und ermutigt die andere Person, ihre Gedanken und Erfahrungen auszutauschen. Das ist ein gutes Argument. Das Stellen von Fragen hält nicht nur das Gespräch am Laufen, sondern zeigt auch, dass wir die Perspektive der anderen Person schätzen. Auf jeden Fall. Was sind also effektive Möglichkeiten, um während eines Gesprächs relevante Fragen zu stellen? Ein Ansatz besteht darin, offene Fragen zu stellen, die mehr als eine einfache Ja- oder Nein-Antwort erfordern. Es ermöglicht detailliertere und aussagekräftigere Antworten. Ich verstehe. Offene Fragen ermutigen die andere Person, ihre Meinungen, Erfahrungen oder Erkenntnisse mitzuteilen, was der Konversation Tiefe verleiht. Ja, und es ist wichtig, ihren Antworten aktiv zuzuhören und entsprechende Fragen zu stellen, um das Gespräch am Laufen zu halten. Das macht Sinn. Indem wir Folgefragen stellen, zeigen wir, dass wir uns engagieren und daran interessiert sind, was die andere Person zu sagen hat. Absolut. Es hilft auch beim Aufbau einer Beziehung und fördert einen natürlichen Gedankenaustausch. Ich stimme zu. Es geht darum, einen Dialog zu führen, anstatt nur abwechselnd zu sprechen. Genau. Und denk dran, es geht nicht nur darum, Fragen zu stellen. Es ist auch wichtig, der anderen Person genügend Zeit zu geben, um zu antworten und ihre Gedanken mitzuteilen. Das ist eine gute Erinnerung. Manchmal überstürzen wir das Gespräch vielleicht ungewollt, aber das Einplanen von Pausen gibt der anderen Person Raum, ihren Beitrag zu leisten. Exakt. Eine Pause einzulegen, nachdem wir eine Frage gestellt haben, zeigt, dass wir Ihren Beitrag respektieren und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Gedanken zu sammeln. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wenn ich relevante Fragen stelle und aktiv zuhöre, kann ich ansprechendere Gespräche führen. Ich freue mich, das zu hören. Es ist eine Fähigkeit, die unsere Kommunikation und Verbindung mit anderen erheblich verbessern kann. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns üben, relevante Fragen zu stellen und sinnvolle Gespräche zu führen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Absolut. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, ein besseres Verständnis zu fördern und Beziehungen aufzubauen. Lassen Sie uns diese Fähigkeit gemeinsam weiterentwickeln. Einverstanden. Lernen und wachsen wir weiter, ein Gespräch nach dem anderen.